ARD Text im Auftrag von Funk Salam Azizam! Babak Asfahina Jodi? Hallo! Warum lachst du? Sie sind ja gut drauf, Herr Babadi. Ja, heute schönes Wetter, heute schlank sind die geworden. Sehr schlank. Danke. Das sehe ich hier im System. Sie sind arbeitssuchend, richtig? Ich bin Nasen-Designer. Nasen-Designer? Ja, Operation-Chirurg, Nasen-Chirurg. Ich mache Nase schöner, ich mache dein Gesicht schöner, ich mache dein Leben schöner. Ja, Nasen-Designer. Ja, muss es ja auch geben, nicht wahr? Dann würde ich vorschlagen, ich trage sie ein als... Bevor du, ich habe eine Design-Netz in meinem Kopf. Warte mal, deine Nase ist so... Ja. Ich mache die große Mode in 2030 für die große Nase sein. Je größer deine Nase ist, respektieren die Leute dich. Ich kaufe ein bisschen Sonne nochmal. Sehr schlank, sehr schön. Was Ihnen fehlt, ist eine persische Lase. Okay, das ist ja vielleicht ein Projekt für die Zukunft. Ich würde sie jetzt erstmal eintragen als Krankenpfleger. Ja? Lati! Ich bin bester Arzt. Ich war bester Arzt, bleibe bester Arzt. Bester Arzt. Okay, bleibe ich bester Arzt. Bester Arzt. Gehst du, gehst du hier in die Schiparkasse, fragst du rum, wer ist Babak Asfahina Jadi? Er sagt, meine Nase hat er gemacht. Und deine Nase bleibt hässlich, wie die ist, okay? Doch, mir sagt. Doch, mir sagt. Ich bin矢 Ich bin schlank, dein Vorfeld. Ich bin mit dem hier an. Ich bin mit demen. Abbas! Ich bin mit demen, sehr schlank, dein Vorfeld. Wie ist das? Ich kenne dich. Ich bin bereit. Hübebe. Ich bin sicher, wir uns hier drin. Ich bin ja nochmals. Ich habe einen Walsh really. Ich hab mit euch. Adopt mit euch. Du bist klein? Ja, Abbas. Das ist jetzt hier natürlich nicht erlaubt. Leck passt super zum Büro, passt super. Aber sie suchen schon eine Arbeit. Habib al-Bileck. Die Arbeit sucht mich, Habib. Verstehst du? Ihr habt doch immer gesagt, sucht euch was Weißes. Arbeitet nicht schwarz. Wir haben aufgehört mit der schwarzen Arbeit. Wir arbeiten jetzt Abiyat, Habib. Weiß. Verstehst du? Abiyat. Abusaynak, Habib. Wenn du was brauchst, ruf mich nicht an, okay? Automat ist hier. Ich komme jede Woche. Abiyat kommt jede zwei Wochen. Das Geld wird dir rausgeholt, okay, Habib? Wenn du was brauchst, wie gesagt. Abiyat. 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 Habib. Abiyat. 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 Sie sind bei mir hier eingetragen, als arbeitsloser pizzeria bella bella italien sie sind ja klar können sie die bestellung aufgeben papier steht bitte zwei große margarita sie zwei kleine zwiebel ja eine kalzone und ein salat capricciosa aber da muss ich jetzt wirklich protestieren sie können nicht hier in mein büro kommen und hier ihr geschäft abwickeln sind das alles für die familie für die familie wir backen für die familie wir essen mit der familie ja diese pizza geht aufs haus diesmal okay kommen sie kurz zu mir so läuft das aber eigentlich nicht kommen sie kurz zu mir ich mache dir ein geburt was du nicht ablehnen kannst aber hör mal zu diese pizza können sie zuhause essen sehr lecker okay aber sollte ich mit meiner familie noch mehr posten kommen senior dann kommt eine sehr große pizza aus chichilien und die bringen meine cousins zu ihnen nach hause zum bett und diese pizza wollen sie nicht essen ist gar nicht lecker okay haben wir uns verstanden sind sie hier um einen antrag zu stellen oder um was zu reparieren ein schrank das ist ein schrank nein 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 was macht sie da besser ihr name arjen eller arjen eller dann schauen wir doch einmal nach ach ja die kollegen haben sie hier schon eingetragen sie sind als arbeitssuchend gemeldet aber wenn ich sie so anschaue scheinen sie ja relativ tätig zu sein ich sage ihnen von unter uns okay ja ich arbeite schwarz als schwarz im sinne von nicht angemeldet und keine steuern zahlen ja ich habe ein deal ich repariere alles für sie hier hier sind sie nicht in sicherheit stuhl wackelt tisch könnte auf ihre fresse fliegen ich mache alles tipptopp hier dann lassen sie mich in ruhe so funktioniert das leider nicht bei uns doch gib mal ein beat ein beat so wie hibbidi hopp okay liebe beämter ich repariere gerne morgen in berlin abend in höhre ich fliege rüber von bausteller zu bausteller in der heimat baue ich meine villa in dem schrank hast du all deine tassen dafür bitte mich nicht hasse bausteller da und bausteller hier ich glaube jetzt wir haben ein deal für dich du du 우리 du